Jetzt probiere ich mal, wie viel Luftdruck ich brauche auf der B-Trompete und ich probiere das mal im tiefen, mittleren Register. Man merkt, der Druck steigt sich an mit der Tonhöhe. Und dann natürlich, wenn man laut oder hoch spielen will, braucht man deutlich mehr Druck. Da oben braucht man natürlich viel mehr Druck. Schwab und Schulzer haben das mal bei 15 Trompetern gemessen und konnten zeigen, dass man zwar sehr hohen Maximaldruck braucht, aber wenn man den bunten Bereich anschaut, den durchschnittlichen Ruck im Mund, so ist der meistens bei allen Profis zwischen 15 und 40-50 mm Quecksilbersäule. Ruck im Mund 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 Ruck im Mund